Herzlich Willkommen bei S21 BAU TV. Wieder ein bisschen ein Blindflug. Ich hoffe, ich krieg was drauf. Also ich wollte euch K23 Kelchfuß zeigen. Und ich glaube, hier bin ich alleine. Kann ich die Maske mal abnehmen? Ich glaube, das passt so von der Einstellung. Also wie heute Morgen gehofft und heute Nachmittag schon ausgeführt. Das Leergerüst kommt weg. Die Innenschalung, auf der Seite ist ja die Innenschalung, ist schon dran. Also da wird das Leergerüst jetzt Zug um Zug abgebaut und die Schalung rum dauert nicht mehr lang. Dann ist der Kelchfuß K23 betoniert. Jetzt versuche ich noch ein bisschen von BA10 einzufangen. Sieht eigentlich gut aus, wenn ich so richtig abschätzen kann. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.